Foodsharing vom Gedanken hört sich das schon gut an und bin regelrecht begeistert, weil mit den modernen Methoden der Kommunikation, Internet, Apps sozusagen Essen zu teilen, finde ich ganz klasse, spannende Idee und wenn dann plötzlich was auf meinem Handy erscheint, schafft das vielleicht auch neue Kontakte und wir laden uns mal gegenseitig zum Essen ein. Nette Leute aus der Nachbarschaft kennenlernen, gemeinsam kochen, Reste verwerten oder Rezepte austauschen und nebenbei verantwortungsvoll mit Lebensmitteln umgehen. Ganz einfach mit Foodsharing. Ich würde dafür werben, dass ganz viele das unterstützen und ich würde das selber gerne auch unterstützen.